Ich nehme euch mit zur Fashion Week in Berlin und das ist der erste Tag. Hier seht ihr schon mal mein Outfit. Ihr könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr es findet. Und als erstes geht es zu einem Event. Da waren ganz, ganz viele unterschiedliche Brands vertreten und wir konnten einiges austesten. Das war auf jeden Fall sehr cool und es gab, by the way, auch sehr, sehr leckeres Food. Und danach sind wir direkt dann weitergefahren und sind zur ersten Fashion Show für den Tag gegangen. Und das ist die von Anja Gockel. Hier seht ihr mal so ein paar Impressions von der Show. Und das war wirklich eine richtig, richtig coole Show. Und auch die Location, alles mega. Danach sind wir dann noch fix essen gegangen, bevor es dann zur Aftershow Party ging. Hier seht ihr nochmal ein paar Berlin Impressions, die ich noch schnell aus dem Auto gefilmt habe. Und nach der Aftershow Party sind wir dann noch ein bisschen weiter durch Berlin gegangen. Ja, soll ich euch beim zweiten Tag dann auch mitnehmen? Dann drückt ihr gerne mal aufs Blog.